Yo, liebe Leute, mein Name ist Ivan, herzliches Willkommen auf meinem Kanal und ja, wir machen heute wieder ein FFA. Ich hab den Yannick dabei, die, ich wollte schon Kiro sagen, die Kim und den Zack. Okay, jetzt in meinem Keller. Erst mal Kommentar. Ich hab nur ein paar gelesen. Erst mal einen Applaus an uns alle, dass wir ihn nicht unterbrochen haben. Ja, ich hab echt gedacht, da kommt vielleicht irgendjemand dazwischen oder irgendwas heißt Arme Nackoy oder so kommt da jemand dazwischen. Ich werde anderen mit Kiro verwechselt, das ist gemein. Du siehst schon so aus. Alles klar. Ja, aber ich hab noch keine Ahnung. Also wir machen jetzt ein FFA, der andere kam ja gut an, das letzte kam an Silvester heute. Wir fokussend Yves, okay? Der Tryhard dabei. Ich hab kein Tryhard dabei. Ich hab kein Tryhard dabei. Was ist für ein Tryhard? Junge, jemand hat da safe dabei und Latios, also ne, und Gengar. Das ist so, ich spiele Latios. Ja und, scheiß, nein, ist es nicht, das weiß ich nicht. Doch, doch, das wissen wir. Ja, siehst du, Yves, das ist ich aber nicht, das ist für mich Tryhard, sorry. Äh, äh, ich spiel nicht mehr mit euch. Wir fokussend Yves. Halt, stopp, einfach ganz ruhig. Nur, weil ich, nur weil ich Hutsasser dabei hab, nö. Also jetzt erstmal, stopp, stopp. Ich hab noch keine Ahnung, wie Kim aussieht. Ich brauch ein Bild von ihr. Okay, nee, nee, nee. Sie wird jetzt gemutet. Alles klar, der Junge braucht was zum Pfeppen. Ja, eindeutig. So sieht's aus. Ja, ich, ich füge genau jetzt ein Bild von Kim ein. Genau, jetzt. Macht er eh nicht. Doch, das schneide ich rein. Alles klar. Ihr habt das jetzt gerade gesehen. So sieht Kim, so sieht Kim wirklich aus. Alles klar, ich hab jetzt schon das Gefühl, dass das ein Troll wird. Ja. Okay, ähm, wer wird denn was mit? Also ich hab meine drei Monstern seit, fast, seit einer Minute fast schon sicher. Ich hab noch nie mehr ausgewählt. Ich hab die gleiche drei letztes Mal genommen. Du wirst nicht. Ich hab eh noch nie mehr ausgewählt. Also Eve waren in diesem FFA schon dabei. Ja, Cloud ist dabei. Yay. Cloud. Denk ich, ich hab TryHard dabei, oder? Äh, ey, ich hab gesehen, dass du TryHard mitgenommen hast. Ich hab TryHard dabei. Ich hab TryHard dabei. Shit, Alter. Sag und Eve. Also ich mag echt gerne FFAs. Ich glaub, ich bring mal eins pro Woche, das würde ich für mich zu anstreben. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass er mit Weasel anfängt. Ich fang deswegen mit dem hier an. Go's, Jöni! Jöni! I have a dream. Welches ist das? I have a dream. One day! Tarnsteine legen. Körper. Alter, ich hab mir euer Teebricht aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr eine große Tarnsteinschwäche habt. Werden, ich wette jetzt, wir unterschätzen diese Scheiß-Pipi. Und es wird uns kaputt machen. Ich bin die Fresse. Tank ich. Du, die Gedenken. Wie mich dann nicht schossen gemacht hat. Nein, nein, nein. Das war's. Eben. Aber die Konterkliffe. Ja, schade. Mann, wieso hat der Eisenschweiz? Und waren tryharded Eve. Erstmal Eve fokussen. Das ist voll unfair. Erstmal fokussen wir Eve. Wir fokussen Zack. Ja, sag nochmal, Wamelein ist nicht so gut im Pipi. Alter. Sehr. Jetzt wird erstmals Eve gefokust. Erstmal wird Eve gefokust. Leute, es ist klar, wir fokussen jetzt nicht, weil der TryHard ist hier. Als ob, als ob. Nein, man, Jura Jenkins macht euch alle platt. Ja, du TryHard ist, du nimmst ein Regirock mit. Ja. Der ist wiederum verloren. Du köppst mich alle mal. Bis. Ah, okay. Als ob. Death Drop. Ja, ja, ja. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das Feld ist clear, bitches. Das Feld ist clear. Der drückt auf Explosion der aus. Und da kommt der Explosion. Oh, easy. Oh, easy. Das Feld ist clear. Tank ich. Ich bin ein physisch defensives Selbe. Ich habe ein 30-30. Wow, du hast den Tank. Gita. Easy. Physisch defensives Selbe. Nein, Marmelin. Nein, KeePee. Nein, das ist Jöli gewesen. Das war Jöli. Ja, Jöli ist ein PeePee. Easy, Alter. Richtiges. Also Leute, was ist Tryhard? Was ist Tryhard? Was ist Tryhard? Alter, Mann, voll der Tryhard. Kein Tryhard. Das sind halt echt voll die Tryhard. Jungs, Kampfvogel. An Jakob. Ist klar Staraptor. Ist klar Staraptor. Wieso hat sie denn schon wieder Piep... Ja, Piep. Ja, Piep. Piep. Nein, nein, Yves. Du kommst jetzt nicht auf, falsche Idioten. Doch, ich habe mein Wollo 0185 dabei, oder wie das scheiß Vieh heißt. 0850. Alles klar, was mache ich jetzt? Ähm. Ich habe die Sohn echt angegriffen. Ich habe keine offensive Attacke eingesetzt. Okay, 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 okay. Ich mache jetzt was richtig Assiges. Mein Name ist hot und weiss von nichts. Nein. wieso machst du das was macht das wie denn jetzt als ob das wie sonntag jetzt raus ich habe den schmerz bis hierher gespürt das ist gut so das soll so sein ich weiß gar nicht was die ganze attacken wollen liebe grüße an dich dank für das mond aber ich habe keine ahnung wie man das spielt also eins kann ich dir sagen du wirst eine runde aussetzen ja auf jeden fall dann wollen wir mal sehen wer fokussiv alles ich habe kein schlangen ich habe halt echt kein flammenwurf das sind doppelkampf pp mit trendgarten aber auch bei dir ist er für deine knicks bewegt wird das stoffen das ist ja ein schnarchtdase wieso machst du schon wieder sehen verdammte kacke braver hätte ich jetzt die tarnsteine gelegt hätte hätte die fahrer da den eiskalt fett ausgedeckt ist genau war ja ich werde ich jetzt rausnehmen das tank dasselbe das ist das die und die straffler das in meinem ojo benutzt hast alles klar dabei und schießt schießt helfe als ich hab rennt ja kommen das tanks noch mal was dort und alle ich habe das weg getötet ich habe das erst ich habe das war mit scharab da wirklich das ist halt echt sein dass das gemittet hat ja halt echt nein du wirst jetzt gleich sterben hi hi ich bin der beste das schöne ist dieses haben ja einfach gar nichts klar weiß was ich machen kann jetzt kommt er durch aus der fahrer und dann so war ich habe dieses spiel die waren so dann im so pass auf ich mache jetzt was cooles ich auch du kannst nichts cooles machen doch pass auf was das kann nein gut das wäre das für mich cooler gewesen wang ich wusste es doch vor wenn jeder alter schützt hexerplager nein jetzt schlafen wieso spiel zu überstand und gefällt weil das mein wettbewerb ja als ob der hat ruhrt mama der hat ruhrt für den ihr es wissen wollen der stirbt der stirbt für den ihr es wissen wollen lass uns jetzt klug sein er stirbt scheiße ey lass uns jetzt klug sein scheiße okay ich hab euch alle gewarnt okay okay ja scheiße auf diesen was doch noch ist die weg doppelt aus das ist jetzt eine runde aus es ist jetzt genau wie mit leter gehst du auf pipi ja oder nein weil er sich genau wer der frete maxi nein maxi ist nicht der frete nein er hat nur mit kehrt wenn er mich zweimal weggekötet ja und easy ja jetzt auf die double protect push nein nein ja hast du ups ups ja jetzt auf einmal ups bitte 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 nehmen sie raus bitte nehmen sie raus bitte nehmen sie raus komm endlich treff ich mal warum gehst du auf toxin wieso das gibt rache ich muss mich kein damage machen ich bin defensiv ist mir jetzt egal jetzt kommt der fred jetzt kommt der fred jetzt kommt sowas von der fred jetzt kommt der santa claus wer ist denn der santa claus ok ok nice lass uns das jetzt unboxen komm schon alter mal gucken was hast du für attacken ja alles klar alles klar es hat es hat jetzt kommen nur geschenke oder sowas und ich werde geheilt alles klar alle rabbits bin um die hartensteine zu entschernen alles ok das ist das unwill das ist unwill nein ja ja komm 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 reich aus reich aus ich glaube er ist echt rausgegangen ich glaube die haben ihn gerade gezogen die anderen kann die anderen kann die ja gar nicht wie heißt denn das passwort das passwort ist abcd abcd alles klar letztes mal was abcd das ist doch schlecht user was moved to your channel ja du bist so weggegangen so schlecht ich habe aber auch verloren wenn es sich tröstet ich lass mich hier nicht totfokussend vor dir piepen wir dich alle retten du hast angefangen du hast gesagt ich bin der fred ich war nicht der fett ich habe nur dich kaputt gemacht die andere leben noch das war halt aber einfach ich der fred aber das ist kein grund ein protokoll zu töten ohne zu wissen welche attacken es hat es hat ja doch das macht kein damage ich bin auch defensiv alter pipi wir dich jetzt einfach hacken geh für den ruhen geh für den ruhen geh für den ruhen geh für den ruhen fürs protokoll für alle mein protokoll konnte dunk shot sam bomb geschenk und sprungfeder ja sam bomb das wäre so lustig ich glaube es ist jetzt schon lustig genug nein es ist nicht doch weil Eve nicht totgefokust hat du hast angefangen du hast gesagt ich war der fett nö ich habe nur ein seh auf ich habe jetzt zwei seh auf dich getan schön hättest du mir nicht am anfang den crit reingedrückt hätte ich jemand anderes angreifen können egal er hat eh nicht gemettert hätte irgendjemand anderen problemlos angreifen können aber da du mich so totgefokust hast musste ich mich wehren das kann sein dass man anders pb jetzt halt echt trägt du hast echt alle drei pb mitgenommen ja hat sie das ist jetzt nicht das bauchtrommel pipi oder nee nee es ist ein viel tolligeres pipi wenn es das richtige ist aber ich glaube es das richtige hochi-chan war das richtige oh meine pipis doch ach das wird so schön du gehst jetzt nicht auf kosmikkraft sie kommen jetzt wieder oh das wird so schön das wird so schön wir machen aber gleich noch einen Zweigenkampf mit den anderen rein leider und eben wenn du mich dann nochmal totfokust suchst du dir neue partner fürs ffa leute wenn ihr daran teilnehmen wollt schreibt es jetzt in die kommentare ich hasse dich kim das ist dein ernst ja kim dohrlein aus bitte 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 nimm es mit dem crit raus ich habe nur turbo-tempo drauf warum habe ich nur turbo-tempo drauf wieso hast du nur turbo-tempo drauf das macht nicht genug damage das ist ein einzelkampf das andere hat die friend geheißen ja man es ist nicht dein ernst ganz ehrlich ne hättest du mich nicht gefokust hätte ich das jetzt rausnehmen können ich habe ich habe ja auch nö immer mir die schuld geben irgendwann kritisch ich muss mich jetzt halt einfach boosten weil sonst macht stopp halt echt keinen damage ich denke angreifen das ist mir dann aber nicht doch nein es werden auch die senkung mit einberechnet wie bitte ja aber auch aber speziell eben trotzdem das rechnet alle status nein es rechnet nur die boosts nur die boosts verstärkens drops senken es nicht habe ich mich extra mal informiert auf da hat sie sich informiert als ob sie ahnung hätte als ob ich glaube ja was von tut und lasen keine ahnung war sagt ich kann pokémon spielen typisch und da kriegt er die paare von wien hat er nur die paar gekriegt hier hallo ich muss noch zwei mal kosmikraft einsetzen ja ach so race sie müssen halt geraced werden also erhöht hause einfach bitte jetzt rum danke nicht danke das macht gleich nicht mehr als die hälfte ich glaube es würde 60 prozent machen boah ach verdammt war was ist was passiert es war in diesem moment wenn ein steuroptor eine pipi nicht antut es ist es ist also also ich bin mixed defense aber ist die sache ich bin max demfax special dev ich bin max demfax special dev ja mach Eisenschädel bitte oh komm schon quitter ist jetzt weg quit 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 machen machen dass er will nicht reichen wird er würde reichen doch ich bin ich noch nicht reichen trotzdem den Evoliten nicht wir haben wir dort den Evoliten verdammt ich denke ich da reicht nicht da reicht nicht natürlich reichen 80 prozent ja von wieder den pfarrer made by even immer gerne immer gerne immer gerne 100 schuld automatisch gewinnt jetzt ein scheiß pp 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 fikt euch einfach ich füge gleich noch mal kippsbildern so zum abschluss dass keiner den sieg von ihren sieg von ihr sieht alles klar pp vor uber es hat echt so pp ist op ich denke anruf alter fit naja hin das meldet alter der hat bei du ein doppelbetroer mal koffer lop pp jetzt kommt wieder alter turbo tempo minister oh man als ob die noch noch schreien was soll der scheiß denn haus doch bitte einfach um deswegen spiele ich nicht mit ihr da kommt wieder die frau bei ihr raus da muss die verzweifler einsetzen dann gewinnst du das ich werde das hundertprozentig wenn du sie so hin dass die verzweifler sind ist sie doch ich werde das definitiv hoffentlich oft genug die full power als ob richtig gutes match gerade ich hätte das match so schnell wenden können hättest du hast aber nicht weil ich rausgenommen habe danke und ja user join die jetzt rein ja user channel timed out das match ist entschieden das ist gerecht ist doch sie einfach nur auf du gewinnst das game auf langer sicht die hätte panik gekriegt die scheiß para drauf dann kannst du ja nicht beklagen wir gewinnen das ding noch auf unserer seite 10 egal dass arkanik kann auch nicht ausdauern er braucht nur die fahrer gewinnt ihr das game ehrlich an den richtigen stellen aber wahrscheinlich bekommt er genau jetzt die folgen jetzt renne als erneis bringt voll ich weiß so verdient ne wie oft hat er noch morgen grauen oft genug fünf mal drei mal eingesetzt und hat maximal acht mal fünf mal müsste es noch haben also das wirst du trotzdem verlieren auf langer sicht ja auch kosmik kraft spam ja aber warum sollte warum sollte dein morgen raum jetzt wenn er turbotempo er hat ihr nicht 20 mal also von und er kriegt die parra immer dann wenn ich meinen letzten ruf machen wirklich die frühe torbo tempo nein doch schon gesehen was sind wer ja dann sehen so fällig da mal durchkommt ach so der vierte move dann halt was der vierte move ich will ich will mal gerne sehen wie das ding gescheiß verzweifelt einsetzt und daran stirbt das ist halt süß aus und ich muss den krit bekommen jetzt kommt ihr lasst mich nicht im stich wenn es wenn es jetzt gewinnt wenn du jetzt könntest gewinnst du das game und die fahrer und jetzt hat sie nicht verarscht jetzt aus wer hat zuerst verzweifler bevor sie überblüfft und noch ein hat nein ich stahl den jetzt aus ich stahl den nicht aus also ich muss sagen ich akzeptiere diese niederlage nein stahl ist die beste erfindung direkt nach konzentrationslagern was du musst doch mal reinzoomen und sie ist zwölf jahre alt und solche wörter ich bin nicht zwölf ich bin 15 10 ok 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 12 15 12 13 1 halb also fullpara du kannst jetzt gerne nur wieder mal wieder auftauchen ja also ganz ehrlich du gewinnst nur durch die fullpara danke kim mann voll unten mann hätt ich doch toxin tauf gemacht aaaaaaaaaah Jetzt gib endlich auf, ich will die zweite Runde spielen. Nö, ich geb nicht auf, hier gibt niemanden auf. Also ich hab noch knapp vier Stunden Zeit. Alter, ohne Witz, ne, gib einfach auf, bitte. 30 Minuten Akku, der liegt dir gut, ob du noch weiter durchstollen willst. Voll gemein. Gib einfach aus, du hast es nicht verdient zu gewinnen. Alter, Alter. Die kann das gar nicht mehr gewinnen. Ne, ich switch jetzt raus, ich switch jetzt in Jürich, ich benutze jetzt einen Top-Leber. Wie, Jürich ist nicht spitt genug, um zu kämpfen. Okay, vielleicht mit Eitan, kann Eitan noch? Wie, Eitan ist nicht spitt genug, um zu kämpfen. Seh ich mich an, dann zeig es raus, die CIA ist raus. Nein. Gib einfach auf, gib doch beide auf, dann ist es ein Unentschieden. Nein, ich geb nicht auf. Wenn ich aufgeben und sie nicht aufgeben, dann haben wir verloren. Ich möchte noch die nächste Runde spielen, bevor mein Laptop leer ist. Richtig gemein. Ja, und gewonnen. Ja, easy. Richtig gemein. Das gibt Rache, Eitan. Eiskalt, platt gemacht, mit Schiss. Hacks gewonnen. Nice. Ich glaub, das nehmen wir aber in einem anderen Video auf, sonst wird das erste Video zu lang. Das heißt, diese Woche kamen dann zwei, irgendwann in die Woche zwei auf und ist. Nixens eine Sache hier lang. Nein, 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 die zweite Runde wollten wir noch kämpfen. Ja, die machen wir aber in einem anderen Video. Ey. Ja. Er beendet das Video jetzt und dann nächstes Video. Also nice, ob wir jetzt schon die Gaming. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Danke, dass die Leute dabei waren. Die seht ihr auch gleich noch im nächsten FFA. Okay, also in dem nächsten FFA habe ich die Idioten auch alle wieder mit dabei. Keine dich nicht ein. Wollt ihr mal einen echten Hasen sehen? Ich hab einen in meinem Keller. Du hast da doch Kekse, hast du vorhin gesagt. Ja, und einen echten Hasen. Ja, irgendwas müssen die Hasen her essen. Kekse. Wollt ihr jemand mal okay, bitte? Okay, damit wir es jetzt kurz und knackig machen. Wir sehen uns im nächsten FFA wieder. Bis dahin. Ciao, liebe Leute. Abonniert schon. Ciao, liebe Leute.